Warum deine Newsletter-E-Mails im Spam landen? Du gibst dir viel Mühe, du schreibst einen hochwertigen Newsletter, Content, Copywriting, Bilder, du versendest alles und dann landest du im Spam und niemand reagiert. Jetzt denkst du wahrscheinlich, ja, aber ich habe doch in meiner Betreffzeile gar nicht diese ganzen bösen Trigger-Worte benutzt wie Gewinnspiel, Millionär, Viagra, Penispumpe. Und ja, selbst wenn du diese Worte nicht verwendest, kannst du dennoch häufig im Spam landen. Die Probleme dafür sind mannigfaltig. Ein der größten Probleme, die wir kaum kennen, die niemand im Markt anspricht, ist das sogenannte Shared-IP-Versandsystem. Das Shared-IP-Versandsystem sorgt dafür, dass dein Senderscore, dein Schufa-Scoring deiner IP-Adresse so schlecht wird, dass andere Internet-Service-Provider deine E-Mails gar nicht erst zustellen. Man könnte also sagen, der Shared-IP-Versand ist der natürliche Feind des Senderscores. Was passiert hier eigentlich? Ich möchte es dir einmal ganz kurz technisch erklären. Der Hintergrund ist relativ einfach. Stell dir vor, du eröffnest heute ein E-Mail-Marketing-Unternehmen und nun läufst du los, du kaufst einen High-End-E-Mail-Marketing-Server, stellst den in die Ecke, du hast alles installiert, alles wunderbar. Dieses Gerät kann 15.000 E-Mails in einer Stunde versenden. Und jetzt kommt der erste Kunde. Der erste Kunde hat beispielsweise 500 Empfänger, mit denen er einmal eine Newsletter versenden will. Jetzt packst du diesen Kunden natürlich auf deinen Server und es geht los. Jetzt kommt der zweite Kunde auf dich zu und er hat beispielsweise 1500 Empfänger in seiner Datenbank. Du denkst jetzt, kein Problem, der Server ist ja nicht mal im Promille-Bereich ausgelastet. Also packen wir den zweiten Kunden auch dazu. Das ganze Spiel wiederholt sich immer und immer wieder. Mehrere hunderte Male oder sogar mehrere tausende Male. Wir haben also jetzt 100, 500, 1000, 2000, 3000 Kunden auf ein und demselben Server. Und alle davon teilen sich die gleiche IP-Adresse. Das heißt also, du versendest eine E-Mail. Und jetzt hast du beispielsweise einen Web.de-Empfänger, einen Gmx.de-Empfänger und so weiter und so fort. Und diese Internet Service Provider prüfen jetzt deine IP-Adresse. Von der ja 2.999 andere Unternehmen auch versenden. Sie schauen sich also deine IP-Adresse an und sehen sofort, oh, da wird sehr, sehr viel versendet. Noch vor einer halben Stunde hat hier ein Personal Trainer versendet, dann ein Jagdwaffenshop, ein Erotikwäschenanbieter, ein Autovermieter und so weiter und so fort. Und du steckst mit allen offensichtlich unter einer Decke, denn ihr teilt euch eine IP-Adresse. Und genau das ist das Problem. Ein gemeinsam genutzter Server bedeutet für die, die hochwertige E-Mails versenden, das eigentliche Problem. Stell dir vor, du versendest 10.000 E-Mails und bekommst 20 Spam-Beschwerden. Das wäre alles hier im grünen Bereich. Wir haben einen weiteren Kunden, der versendet 10.000 E-Mails und hat 15 Spam-Beschwerden. Noch besser. Und jetzt haben wir eine Person, die das E-Mail-Marketing entweder nicht so richtig ernst nimmt, ganz viele Kontakte anmailt, die eigentlich gar kein Double-Opt-In haben. Oder Leute anmailt, die eigentlich nichts wissen wollen, sich irgendwelche Listen gekauft hat und die kalt anmailt. Oder wir haben tatsächlich jemanden, der Spam schreibt. Und der bekommt jetzt hier auf die ersten 10.000 E-Mails beispielsweise 1.900 Spam-Beschwerden. Das Problem beim Shared-IP-Versandsystem ist, ihr steckt alle im gleichen Boot. Das heißt, hier haben wir jetzt 30.000 E-Mails, 1.935 Spam-Beschwerden. Das gibt eine Quote von 6,5% und die Zustellrate von allen drei Parteien sinkt auf 75,5%. Das heißt, wir haben in diesem Beispiel hier 24,5% aller E-Mails schlicht verbrannt. Und mit verbrannt meine ich tatsächlich nicht, dass die irgendwo im Spam landen, sondern dass die wirklich gar nicht ankommen. Die werden gefiltert, bevor sie zugestellt werden. Das heißt, du denkst, du hast die Menge versendet, aber sie ist auf der anderen Seite niemals angekommen. Und genau das ist das Problem. Wenn du also ein E-Mail-Marketing-System nutzt, wo du ein Shared-IP-Versandsystem hast, und das haben fast alle, dann steckst du genau in dieser Misere. Die Alternative dazu ist, du hast eine eigene IP-Adresse, eine eigene zertifizierte IP-Adresse und einen eigenen E-Mail-Server. Dann partizipierst du nämlich von deiner hohen Versandqualität. In diesem Beispiel wäre genau das Gleiche. Wir hätten jetzt den User 1, der 10.000 E-Mails versendet und 20 Spam-Beschwerden kommt. Er hat eine Spam-Beschwerderate von 0,2% und hat damit eine absolut exzellente Zustellrate von 99,9%. Wir haben jetzt hier User 2, auch 10.000 E-Mails, 15 Spam-Beschwerden-Raten. Genau das Gleiche. Exzellente Zustellrate von 99,9%. Und jetzt haben wir nach wie vor die Person, die das E-Mail-Marketing nicht ernst nimmt, schlecht selektiert, die falschen Leute anschreibt, Listen importiert, Spam-Fallen anschreibt und so weiter und so fort. Und diese Person hätte jetzt in diesem Beispiel eine Spam-Beschwerderate von 19% und damit so gut wie keine Zustellbar mehr. Nur noch 31% der E-Mails kommen überhaupt ins Postfach und dann wahrscheinlich noch in den Spam-Ordner. Das heißt, diese Person würde jetzt von der eigenen IP-Adresse und von dem eigenen Server wechseln zu einem anderen System. Und zwar wahrscheinlich zu einem Shared-IP-Versandsystem. Wenn du also deine E-Mails wirklich zustellen willst, solltest du als allererstes dieses technische Problem lösen und dann eine eigene zertifizierte IP-Adresse nutzen und einen eigenen Mail-Server. Die Lösung besteht darin, dass du bei deinem E-Mail-Marketing-Anbieter einfach mal schaust, was bieten die Premium-Optionen. Denn sehr viele der Newsletter-Anbieter haben in der Premium-Option auch eine eigene zertifizierte IP-Adresse für dich. Ja, das kostet mehr, aber diese geringen Selbstkosten lohnen sich absolut immer. Und wenn es möglich ist, hole dir sogar einen eigenen E-Mail-Server, weil dann bist du in der absoluten Königsliga unterwegs. Wenn du wissen willst, wie dein Senderscore Stand heute ist, bieten wir dir einen kostenfreien Test an. Nimm einfach Kontakt zu uns auf, gib uns einmal einen Newsletter von dir. Wir testen deinen Senderscore und geben dir Bescheid, ob es bei dir tatsächlich ein technisches Problem ist oder nicht.